Christiana und Koray erste Paar Weihnachtskarte Auch für Christiana, 67, und Koray Gamble, 42, gibt es noch Premieren. Die Reality-Bekanntheit ist bereits seit 2014 mit ihrem Partner Lieret und die beiden wirken noch so verliebt wie am ersten Tag. Im Netz lassen sie ihre Fans fleißig an ihrem Leben als Paar teilhaben, wobei sie fast alles zusammen zu machen scheinen. Doch auch nach acht gemeinsamen Jahren gibt es noch erste Male, Chris und Koray haben jetzt ihre allererste Weihnachtskarte gestaltet. Auf einem Bild bei Instagram zeigte Chris stolz ihre erste Weihnachtskarte mit Koray. Ihr wisst, dass ich für die Feiertage liebe. Dieses Jahr haben Koray und ich zum allerersten Mal, eine Weihnachtskarte gestaltet und wir sind begeistert, wie sie geworden ist. Erzählte sie ihren Fans aufgeregt. Sie könne es kaum erwarten, das extra angefertigte Foto von sich und ihrem Liebsten in der edlen Karte ihren Freunden und ihrer Familie zu zeigen. Auf dem Bild haben sich Koray und Chris ordentlich herausgeputzt und sich passend zu den Weihnachtstagen in grün und rot gehüllt. Während bald die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen, feierten Chris und Koray vor ein paar Tagen noch Geburtstag. Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner Clans zelebrierte bereits Anfang November seinen Ehrentag und bekam einen liebevollen Gruß von seinem Partner. Wenige Tage später tat sie das Gleiche für ihn und überschüttete Koray auf Instagram mit Bildern und Liebesbotschaften.